Heute das große Finale bei Prince Charming. Ich habe viele Männer kennengelernt. Ich habe viel ausprobiert. So viel Knutschen, ey, Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer wird. Für mich persönlich habe ich noch mal gelernt, mich stärker zu öffnen, gerade wenn es um Gefühle geht, auch mit der Gefahr, dass man verletzt wird. Ich habe unterschätzt, wie schnell man so eine starke emotionale Bindung aufbauen kann zu den Männern. Bei Basti ist viel Abenteuer mit dabei. Und noch mal eine andere Sicht auf die Welt, die mich auch fordert, wo ich denke, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Bei Tim wiederum finde ich es eine schöne Sicherheit. Wir necken uns auch sehr viel. Das macht auch Riesenspaß. Liebe kann qualvoll sein. Jews Untertitelung des ZDF, 2020